Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien – ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche mit Christian Wirröl und Horst von Butler. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Und wir hoffen, Sie hatten ein frohes und entspanntes Pfingstwochenende. Der Feiertagsmai geht nun fast zu Ende. Es ist ja so zwischen 1. Mai und Himmelfahrt und dann Pfingsten, wirklich immer neue Feiertage. Manche Bundesländer haben noch frohen Leichnamen, es ist gar nicht so einfach für Unternehmen und Führungskräfte, diesen ständigen Spannungsabfall und Strömungsabriss, ja dafür ein Energiefeld zu sorgen. Gute Teams heißt es ja, performen immer weiter. Aber als Chef schaut man über diese vielen Wochen dann doch in sehr viele Brückentagsgesichter. Naja, ich schaue jedenfalls heute in ein Gesicht, das das Wort Brückentag nicht kennt. Ich schaue in ein 24-7-Dividenden-Investor-Gesicht und zwar das von Christian. Brückentagsgesicht. Ich hoffe, du hast es trotzdem auch ein bisschen genossen, Christian. Ja, ja, total. Also ich hänge immer noch bei diesem Wort Brückentagsgesicht. Ich weiß noch nicht, ob das charmant ist. Du bist ein Brückentagsgesicht. Das denkt man nur, das darf man nicht sagen. Ich glaube, das ist ungefähr so, als wenn man jemandem sagt, Mensch, du hast aber auch voll das Radiogesicht. Nein, also Brückentagsgesicht ist ja nicht dauerhaft, sondern das ist ein Gesicht, was sich im Mai einstellt und durchzählt, wie man mit möglichst wenig Brückentagen bzw. Ferientagen den Mai ganz gut durchkommt. Solche Gesichter habe ich schon mal geschaut. Da bin ich jetzt nicht sonderlich kompetent. Was schade ist, an Feiertagen werden keine Dividenden gut geschrieben. Ist das wirklich so? Ja, ja, ja. Das ist schon so, glaube ich. Ich gucke auch jetzt nicht jeden Tag rein, aber ich meine, es wäre so. Das heißt, an so einem Brückentag oder Feiertag isst du dann nur Knäckebrot? Ja, ich gucke auch nicht mal ins Konto oder ins Depot. Es gibt ja Menschen, die sogar am Feiertag wie Pfingstmontag, dann meinen, sie müssten handeln. Die deutsche Börse handelt ja tatsächlich, aber ich denke mir, nee, also das brauche ich nicht und ich genieße die Feiertage. Ich versuche ein bisschen an meiner Kondition zu arbeiten, was Laufen angeht. Und wenn man dann so 10, 15 Kilometer gelaufen ist, dann kann man sich auch mit gutem Gewissen ein Eis leisten. Und ich habe hier eine Schwäche für das Eis vom Süßfein in der Brunnenstraße. Ein ganz kleiner Laden, für den ich wahnsinnig gern unbezahlte Werbung mache. Weiße Schokolade Tonkabohne mit Cashewnüssen. Also ich werde ganz neidisch. 10 bis 15 Kilometer, das sagst du mal eben so. Das ist schon super. Wir haben viele Themen heute und zwar wir blicken auf die beliebte Frage, wie Milliardäre investieren. Wir hatten in einer unserer ersten Folgen ja mal über börsennotierte Investmentvehikel von europäischen Milliardärsfamilien gesprochen. Darunter zum Beispiel die Dynastie Wallenberg aus Schweden oder den italienischen Agnelli-Clan. Und ja, wir machen mal eine Zwischenbilanz. Ja, außerdem reden wir über ein Thema, was mir besonders in diesen Tagen wieder sehr am Herzen liegt. Wo die Hauptversammlungen sind? Aktionärsrechte. Ich bin bei einigen für die DSW. Um die soll es aber heute nicht gehen, sondern wir haben ein Thema in den USA, wo missliebige Aktionäre jetzt sogar verklagt werden und bei einem anderen Unternehmen Aktionäre dem Vorstand mal gezeigt haben in der Hauptversammlung. Wo denn? Der Hammer hängt es. Und wir müssen kurz über den Haushalt reden. Ist auch wichtig, wohin treibt Deutschland? Ist ja auch wichtig für Unternehmen. Aber bevor wir das tun, Christian, es gibt eine große Debatte. Wir haben gerade über Brückentage gesprochen. Es gibt eine große Debatte, ob wir Deutschen zu wenig arbeiten. Wie schaust du auf diese Debatte, auf diesen neuen Freizeitpark Deutschland? Ach, ich verstehe sie nicht. Weißt du, es sind mir einfach viel zu viele Zahlen, die da hin und her geschoben werden. Und ich weiß gar nicht, woher die Zahlen kommen. Also ich glaube nur die Zahlen, die ich selbst aggregiert habe. Insofern glaube ich, du findest immer irgendeine Statistik, die das gerade irgendwie nährt, was du sagen möchtest. Das Wichtige ist, wir brauchen viele Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe Bock zu arbeiten. Ich will etwas voranbringen. Und selbst wenn ich keinen Bock habe, ich muss halt arbeiten, weil ansonsten habe ich kein gutes Auskommen. Daran muss Politik arbeiten, dass das passiert. Du hast recht mit den Zahlen. Mehr geht vor allem auf den Keks, wie die Zahlen teilweise benutzt werden. Es gab ja zum Beispiel eine Studie vom DIW, die wurde überschrieben mit dem Titel In Deutschland wird so viel gearbeitet wie nie. Dann gab es eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Die schrieb, noch nie außer im Corona-Jahr war die Arbeitszeit so niedrig. Und beide Meldungen bezogen sich auf das gleiche Jahr. Und da kann man mal sehen, wie Zahlen eben auch verzerrt werden. Also manche sagen, Moment, die Deutschen haben noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. Klar, wir sind auch im Vergleich zu 1990, der Vergleichszeit, darum sind wir auch ein paar Millionen mehr im Land. Wenn man dann aber die Arbeitsstunden pro Jahr teilweise heranzieht, dann muss man auch den Teilzeiteffekt betrachten, dass viele Menschen Teilzeit arbeiten, was ja okay ist, die den Schnitt runterziehen. Unterm Strich stimmt es glaube ich schon, es gibt einen Trend dahin, dass viele eher so mal kürzer treten wollen, und so auch mal 80 Prozent eine Auszeit sabbatikeln. Ja, woran liegt das denn? Weil sie dadurch keine großartigen Einbußen haben. Beziehungsweise wenn sie mehr plockern würden, dann nimmt ihnen ja der Sozialstaat durch Steuern und Abgaben einen Großteil des Mehreinkommens weg. Da kann man auch sagen, da mache ich halt ein bisschen weniger. Und das ist das, woran meine Ansicht nach Politik arbeiten muss. Und nicht daran, irgendwelche Zahlen hin und her zu werfen. Ich zeige das ja regelmäßig auch bei Twitter und Instagram anhand von Charts, so meinetwegen allgemeiner Markt gegen irgendeinen Dividendenindex. Dann nimmst du die letzten drei Jahre, liegt der Dividendenindex vorne. Dann nimmst du die letzten sieben Jahre, liegt der Dividendenindex weit hinten. Also je nachdem, was du dir für einen Zeitraum nimmst. Du findest eigentlich immer was, was deine These stützt. Deswegen sage ich ja immer, schaut genau hin, wo die Zahlen eigentlich herkommen. Und messt die Abstände. Oh, da schaut man ins Archiv. Schon 1993 gab es einen Bundeskanzler, Helmut Kohl. Der hat damals kritisiert, Deutschland sei auf dem Weg zu einem kollektiven Freizeitpark. Damals meinte er natürlich die vielen Urlaubs- und Feiertage. Wir sehen, eigentlich ist es doch mit Deutschland seitdem doch vorangegangen. Also, ob es in Deutschland jetzt... Das war übrigens die Zeit, wo ich Helmut Kohl total großartig fand. Kurz bevor er sich ein letztes Mal zur Wiederwahl stellte. Und Peter Hinze damals diese Kampagne machte, auf in die Zukunft, aber nicht auf roten Socken. Und ich habe mir tatsächlich von der CDU damals dieses Plakat schicken lassen, habe es in unseren Partykeller gehangen. Oh, da kam es bestimmt gut mit an. Also in den Partykellern, in denen ich mich herumgetrieben habe, hingen teilweise Willy-Brandt-Plakate. Ja, wo du dich herumgetrieben hast, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber in der Tat, ja. Das waren damals besondere Zeiten, haben wir gedacht. In Wirklichkeit, wir wussten hier nicht, was alles noch kommt. Also, was noch kommt, ist auch die große Frage in diesen Tagen mit der Ampel und dem Haushalt. Und damit sind wir bei unserem ersten Thema. Ja, die Ampel brütet über dem Haushalt für 2025. Manche nennen es schon den härtesten Haushalt seit Jahren oder aller Zeiten. Denn viele sagen, davon hängt auch das Schicksal unserer Regierung ab. Und nun könnte sich dieser Haushaltsstreit noch verschärfen. Es wurde ja ohnehin schon gestritten. Und dann gab es vergangene Woche die Prognose der Steuerschätzer. Die sagen ja immer, wie viel Geld in den nächsten Jahren der Staat einnehmen wird. Und das sind Prognosen. Gegenüber der Herbstprognose kam jetzt raus, wird der Bund vermutlich 11 Milliarden weniger einnehmen. Und auf vier Jahre summiert sich das Ganze für den Staat insgesamt auf bis zu 80 Milliarden. Ja, auf fünf Jahre. Ich muss mich korrigieren. Ja, und da hat Christian Lindner gesagt, wir müssen uns von unrealistischen Wünschen verabschieden und die Konsolidierung des Haushaltes vorantreiben. Und er hat sich beklagt über die exorbitanten politischen Wünsche von manchen Ministern, die nicht anerkannt haben, was die neue Realität ist. Ja, es ist eine schwierige Debatte. Und wenn man drauf schaut, ich möchte mal vielleicht, Christian, bevor du loslegst und dich hier warmläufst, eine These in den Raum werfen. Selbst wenn man die Schuldenbremse für eine falsche Regel hält oder stell dir mal vor, sie ist eine falsche Regel. Da muss man doch irgendwie froh sein, im Moment, dass es sie gibt, wenn ich mir manche Ausgaben wünsche und die realitätsferne Haltung einiger Minister anschaue, die einfach sagen, wir machen komplett so weiter. Ich will hier fünf Milliarden mehr, da acht Milliarden mehr, ich brauche zehn Milliarden hier. Und das ist überhaupt nicht populistisch, das festzustellen, dass wir uns das nicht mehr alles leisten können. Und unabhängig jetzt von der ökonomischen Sinnhaftigkeit der einen oder anderen Einzelmaßnahme, da fehlt mir so ein bisschen der Sinn für das große Ganze. Ja, absolut. Also ich bin auch froh, dass es die Schuldenbremse in dieser Form jetzt gibt. Ja, ich habe große Sympathie für die Rufe danach, dass man die Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen, für Infrastrukturinvestitionen eventuell öffnet. Ich habe da von der Politik bislang auch zu wenig gesehen, weil ich auch glaube, dass viele Politiker schlichtweg ein Problem damit haben, was denn Investitionen sein sollen, das zu definieren. Dann wird halt jede Ausgabe irgendwie als Investition plötzlich deklariert und dann stehen wir da, dass wir de facto keine Schuldenbremse mehr haben. Also solange wir in diesem Wahn sind, dass wir meinen, wir müssen nicht sparen, sondern wir können in allen Etats weiterhin Geld ausgeben wie bisher, bin ich extrem froh, dass wir die Schuldenbremse als disziplinarisches Instrument haben. Und wenn man die Schuldenbremse in irgendeiner Form aufweichen will, dann wird das ja aktuell sowieso nicht mehr passieren. Aber dann sollte man halt auch mal konzeptionell daran arbeiten, wie das aussehen soll. Bis dahin bleibt sie einfach zu verteidigen. Und wenn es halt das Letzte ist, was Christian Lindner tut. Ja, ich bin da auch ein bisschen ambivalent wie du. Ich finde, man könnte über die Schuldenbremse diskutieren. Vor allem auch angesichts der vielen anderen Ausgaben. Es gibt ja eine eigene Debatte über Verteidigungsausgaben, ob man die ausnehmen soll oder nicht. Da kommt ja einiges auf uns zu. Was klar ist, die Regierung will mehr Geld haben, sie braucht mehr Geld. Das geht nur über höhere Schulden, höhere Steuern oder Einschnitte oder eben Wachstum. Und da wir nicht genug Wachstum haben, müssen wir eben über andere Maßnahmen reden. Ich bin halt, ich zweifle, dass diese Regierung willens oder fähig ist zu sparen. Das hat schon der vergangene Haushalt gezeigt. Solange die SPD regiert, wird es keine richtigen Einschnitte in den Sozialstaat geben. Sie hat eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten den Sozialstaat ausgebaut und aufgebläht. Vor allem in der Rentenpolitik, über die wir hier gesprochen haben, hinterlassen die Sozialdemokraten mit dieser Politik eine große Last. Und da muss man auch mal eines dazu sagen, lieber Horst. Die Sozialdemokraten haben den Sozialstaat aufgebläht, obwohl sie ja lange Zeit gar nicht mitregiert haben. Sondern die Regierungen von Frau Merkel haben dem einfach zugeschaut. Und wir sehen es auch jetzt in der Ampel wieder. Die SPD regiert nicht alleine, aber man lässt die SPD machen. Und insbesondere die FDP, die Grünen haben ja mit Sozialthemen sowieso nicht so viel am Hals. Da sind sie ziemlich blank. Insbesondere die FDP lässt sich ihre Zustimmung zu solchen Themen wie diesen Haltelinien für sehr, sehr wenig dann abkaufen. Das Generationenkapital ist ein sehr geringer Preis dafür, dass diese Geschichte gemeinsam von den Ministern Lindner und Heil vorgestellt wurde. Genau. Halten wir fest, wenn man die Schuldenbremse reformiert, das fordert ja inzwischen sogar der IWF, oder wenn man einen neuen Fonds aufsetzt, wäre es mir eigentlich egal, ob man der Transformation, Zukunft oder Infrastruktur vorschreibt. Wichtig wären harte Regeln, die verhindern, dass künftige Regierungen ihre Lieblingsprojekte und Wahlgeschenke damit finanzieren. Oder dass der reguläre Haushalt ein reines Konsumbudget wird, weil alle Investitionen in Sondervermögen geschoben werden. Sonst ist bald jede Ausgabe eine Investition. Du hast es gesagt. Und leider führen uns dieser Tage Politiker vor, dass Schuldenbremsen notwendig sind. Unser Problem ist nicht das Geld, das wir nicht haben, sondern die Menschen, die es verplanen. Und damit, wo wir über das Thema Geld reden, kommen wir zu den Menschen, die richtig viel Geld haben. Und zwar die Milliardäre in Europa. So Christian, das war die beste Überleitung aller Zeiten. Ich glaube, dafür könnte ich einen Anmoderation-Überleitungspreis gewinnen. Das gibt den Gerd Delling-Gedächtnispreis. Weil Delling hatte in seiner Zeit mit Netza, als sie gemeinsam Länderspiele kommentiert haben, immer die besten Überleitungen. Und er hat, glaube ich, dadurch auch das Adjektiv Dellingesk für seine Überleitung. Und es gab ja auch mal einen Moderator, der immer zurück zu Lück sagen konnte, ich weiß nicht, wie er das mit Röhl machen sollte. Nun zum Öl-Röhl. Also das könnte ich nur bei einem Thema machen. Aber da merke ich gerade in deinem Kopf, du fängst an zu dichten. Kommen wir zu den Milliardären. Vor rund einem Jahr, es war eine der ersten Folgen von Leben mit Aktien, haben wir über die börsennotierten Investmentvehikel von drei europäischen Milliardärsfamilien gesprochen. Dabei waren die schwedische Industriedynastie Wallenberg, der italienische Agnelli-Clan und die Vermögensverwaltung des vierten Baron von Rothschild. Und ich glaube, es wird Zeit für eine Zwischenbilanz. Christian, du hast sie dir alle nochmal angeschaut. Wie schaut die denn aus? Tja, die fällt positiv aus. Zwei Aktien haben in dem Plus von 29 beziehungsweise 23 Prozent knapp doppelt so gut abgeschnitten wie der StocksEurope 600. Der hat nämlich nur 12 Prozent zugelegt. Das dritte börsennotierte Family Office tritt zwar auf der Stelle, aber unterm Strich kommt der gleichgewichtete Dreierpack in Euro auf 18 Prozent Kursplus, zuzüglich ein paar Prozent Dividenden noch, also etwas besser als der europäische Index. Wobei wir auch sagen müssen, hey, die Unternehmerfamilien, die du genannt hast, die investieren für Generationen. Da ist die Performance eines einzigen Jahres wenig aussagekräftig. Aber es hat sich eben bei allen drei Firmen auch operativ-strategisch einiges getan und natürlich auch im Preis. Und da wollen wir mal drauf schauen. Fangen wir mal mit Exor an. Das ist der Top-Performer mit 29 Prozent. Was an den beiden großen Kernbeteiligungen liegt, die man historisch mit dieser italienischen Militärsfamilie verbindet. Und zwar, Christians Augen fangen an, rot zu leuchten. Denn Ferrari, der Anteil beträgt am Portfolio 40 Prozent. Und die sind auch um 40 Prozent gestiegen. Inzwischen mit dem 50-fachen geschätzten Gewinn bewertet. Aber Ferrari ist eben auch auf die nächsten zwei Jahre ausverkauft und realisiert. Ja, Traum-Margen, operative Marge von 27 Prozent. Ja, also damit sind wir jenseits von LVMH. Ja, da sind es nur 26,4 Prozent von Autoherstellern. Ansonsten wollen wir gar nicht sprechen. Ein ROIC, also ein Return on Invested Capital von 23. Warren Buffett hat mal gesagt, also für ihn werden Firmen interessant, wenn sie bei 15 liegen. Ja, also da sind wir deutlich drüber. Und das kontinuierlich seit 2016. Tja, allerdings zu einem Preis, bei dem Warren Buffett sicherlich nicht zugreifen wird. Der zweite Teil, würde ich mal sagen, so okay. Also jeder hat ja in seiner Sammlung zu Hause auch ein paar Spielzeuge, die nicht so gut sind. Nein, jetzt mal im Ernst. Stellantis kennt man. Ist sehr gut gemanagt. Hat einen Anteil am Portfolio 21 Prozent. Ja, plus 35 Prozent. Dazu über 7 Prozent Dividendenrendite. Also ordentliche Zahlen. Die Marken dahinter sind ausgerechnet jene, mit denen wir oft Sorgen verbunden haben in den vergangenen Jahren. Fiat, Chrysler, Opel, Peugeot, Citroën. Ein KGW von Fiat, ja, irgendwie voll unterlegt durch Free Cashflow, einer der günstigsten Autohersteller der Welt. Das ist schon eine Leistung, muss man sagen, nicht? Ja, also was sie aus dieser Reste-Rampe eigentlich gemacht haben. Ja, also wir haben ja früher immer gesagt, Fiat, Fehler in allen Teilen. Chrysler, das war das Ding, was dann Daimler völlig zerlumpt hat. Opel, Opel, ein Dauersorgenkind von General Motors gewesen. Citroën, die machen zwar, also zumindest früher waren das wunderschön designte Autos, die aber, glaube ich, äußerst schwierig zu fahren waren. Ja, aber sie haben daraus immerhin ein hoch profitables Unternehmen gemacht. Du hast eben gesagt, so ja, also man hat so in der Kiste irgendwas, was nicht so gut ist und nicht so schön ist. Von den Namen her, wenn man drauf guckt, die Zahlen sind okay. Genau, die Namen sind jetzt nicht sonderlich großartig, aber wenn man auf die Bewertung schaut, auf das, was an Cashflow da ist, dann ist das auf diesem Niveau besser, als was wir in der deutschen Automobilindustrie sehen. Und auf jeden Fall bemerkenswert, was man aus dieser Firma gemacht hat. Man hat dazu kein China-Risiko bei Stellantis. Man hat ein bisschen was jetzt da investiert, aber es ist nicht so wie bei Volkswagen. Man hat also erstmal andere. Deswegen sehen die Franzosen das Thema Zölle ja auch ein bisschen anders als die Deutschen. Genau, sie sehen das ein bisschen entspannter. Also die beiden, Ferrari und Stellantis, machen 60 Prozent aus. Dann sieht man also ein sehr fokussiertes Family Office. Alles dazu, CNH Industrial und Iveco als Nutzfahrzeug und Landmaschinenhersteller, die nochmal 10 Prozent machen. Tja, und dann gibt es ein neues Investment, das gleich so richtig aufgegangen ist, nämlich Philips. Die Familie Agnelli hatte ja gesagt, sie will mit der Holding ein bisschen weg von dem reinen Autofokus. Man macht ja auch Investments im breiten Markt, aber Healthcare hat man als ein Thema identifiziert, um das man sich kümmern will. Und Philips war ja früher so ein Mischkonzern für alles, was Elektronik ist, hat sich aber immer weiter gehäutet, stärker fokussiert auf den Healthcare-Sektor. Da haben sie im letzten Sommer für drei Milliarden Euro 15 Prozent erworben und nun vor wenigen Wochen gab es den 30-prozentigen Kurssprung, denn Philips zahlt Geld. Das ist normalerweise nicht so doll, wenn es keine Dividende ist, aber Philips nimmt eine Milliarde in die Hand, um bestehende Sammelklagen wegen mutmaßlich schädlicher Beatmungsgeräte beizulegen. Das sind etwa zwei Drittel des letztjährigen Free-Cash-Flows, aber die Börse atmet sprichwörtlich auf. Hast du toll gefunden, Metapher Christian. Ja, die atmen auf, dass diese Sache erledigt ist. Sowas würde man sich bei Bayer auch wünschen. Einmal richtig Kohle am Tisch und dafür ist es erledigt. Aber man muss halt jetzt erstmal aus der Sicht von Exor sagen, die Diversifikation des Vermögens abseits vom Automobilbereich bislang, die ist gelungen. Dazu gibt es ja noch kleinere Investments, Fonds, Private Equity-Beteiligung und gerne auch mal so kleine börsennotierte Aktienpakete wie bei Rolls-Royce oder Carvana. Carvana, irre, irre Story. Ja, das hat sich in einem Jahr verzehnfacht. Da sind sie einer der größeren Aktionäre. Da hofft man natürlich als Exo-Aktionär, dass sie da irgendwann auch mal bei diesem Online-Autohändler in den USA ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Genau, die Bewertung ist aktuell, hat so ein 40% Discount auf die einzelnen Bestandteile, also dieser Holding-Abschlag. Da sollte man nicht drauf wetten, dass der signifikant sinkt, aber es ist so ein nettes Sicherheitspolster. Wenn du jetzt nur auf die Italiener schaust und sagst, Ferrari ist viel zu teuer, aber gut. Also wenn du einfach drauf schaust, kann man da jetzt noch rein? Ja, also ich bin drin, ich bin sehr gerne drin. Nicht, weil ich davon ausgehe, dass dieser Discount sich signifikant ermäßigt, vielleicht geht der mal Richtung 35%, aber da steckt natürlich auch die Situation mit drin, dass Exor nicht von heute auf morgen sagen kann, so, den Anteil an Stellantis, den Anteil an Ferrari, den hauen wir jetzt einfach mal mit Limit an die Börse. Drei Tage, Working Order, Xetra, Amsterdam, Wall Street, dann ist es durch. Das können die halt nicht realisieren. Deswegen ist der Abschlag berechtigt, aber es ist halt bei Stellantis nach wie vor eine günstige Bewertung. Und ich kann ja jetzt auch mal sagen, puh, also Ferrari wäre mir jetzt viel zu teuer. In der Liste der Beteiligungen, wenn ich da Ferrari mal mit Null ansetzen würde, was ja auch Quatsch ist, dann entspricht der verbleibende Wert des Exor-Portfolios ungefähr der aktuellen Marktkapitalisierung. Und dieser Teil ist sicherlich nicht zu luftig bewertet, ganz im Gegenteil. Also ich persönlich sehe da für mich noch gutes Potenzial, bleib da gerne dabei. Man muss wie bei diesen Generationenfirmen allgemein halt Zeit mitbringen. Kommen wir zur zweiten. Investor, das ist die Holding der schwedischen Wallenberg-Familie, die vor allem Beteiligungen an börsennotierten schwedischen Industrieunternehmen hält. Das sind 68 Prozent der Assets. Die größten Positionen sind Atlas Copco, ABB kennt man, den Industriekonzern. AstraZeneca, bekannt geworden in der Corona-Pandemie als leitgeprüfter Impfstoffhersteller. Ich habe die Suppe ja im Blut. Ja, ja, ich habe es auch. Es war meine erste Dosis. Genau, meine auch. Ach herrlich, da kommen Erinnerungen hoch. Ach, war das schön. Man hatte damals das Gefühl, man bekam so, wenn man nicht gesagt hat, ich habe nicht Biontech, hatte man das Gefühl, man hat irgendwie so ein Oettinger-Bier bekommen. Und die anderen haben alle so ein Manufaktur-Gin. Ja, so ein Manufaktur-Gin. Ich hatte Oettinger-Bier. Aber wir sind beide gesund geblieben. Ja, die machen, also diese ganzen Industriebeteiligungen machen drei Viertel des Listed-Equity-Portfolios aus. Und sie haben erneut deutlich besser abgeschnitten als der OMX in Stockholm. Der hat nämlich nur 13,7 Prozent zugelegt. Ja, aber das ist eben nicht alles. Diese Beteiligungen an schwedischen Industrie-Ikonen, die du erwähnt hast, waren der Nukleus von Investor, von dem, was die Familie Wallenberg da macht. Sie haben das in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Seit 2015 bauen sie eine Gruppe auf, die nennen sie Patricia Industries. Eine mittelständisch geprägte Gruppe nicht notierter Unternehmen. Vielfach so Weltmarktführer oder Europamarktführer in Nischen. Inzwischen haben sie da zehn Firmen mit 16.000 Beschäftigten, von denen sieben im Healthcare-Segment oder so rundherum auch um Senior-Care, also Dienstleistungen, Produkte für alte Menschen tätig sind. Das ist erfolgreich im Wachstum. Sieben Prozent beim Umsatz und zehn Prozent beim operativen Ertrag zuletzt gewachsen. Und sie haben da immerhin schon eine Firmengruppe mit einem Ertrag von 1,3 Milliarden Euro aufgestellt. Und das sind 22 Prozent des Portfolios. So ein bisschen sowas wie die Holly-Owned Subsidiaries von Warren Buffetts Berkshire Hathaway. So, und dann gibt es noch eine Position, die zehn Prozent ausmacht. Und das ist EQT. Das ist eine Private Equity-Gesellschaft. Die kennt man hier auch in Deutschland manchmal in den Schlagzeilen, weil sie viele Infrastrukturinvestitionen macht, unter anderem im Bereich Telekommunikation. Ja, die hatte man eins initiiert und dann an die Börse gebracht. Der Anteil liegt noch immer bei 14 Prozent. Dazu auch gibt es Investments in eigener Form. Die Aktie von EQT ist auf zwölf Monatsbasis rund 60 Prozent im Plus, damit aber nicht ganz so gut gelaufen wie der große Konkurrent, der amerikanische KKR. Die haben 110 Prozent zugelegt. Das Thema Private Equity und Börse hattest du hier ja auch einige Mal erwähnt. Die kann man ja investieren, wenn man nicht selbst mitspielen kann und nicht genug Geld hat. Ja, EQT hat sich noch nicht so ganz vom Zinsanstieg erholt. Auch Private Equity litt ja unter dem Zinsschock. Die armen Heuschrecken hat es auch manche böse erwischt. Nein, Quatsch, darf ich nicht mehr sagen. Ja, ein Kurs ist noch ein Drittel unter dem Hoch von Ende 2022. So, jetzt schauen wir auf die Zahlen, Christian. Wie ist denn das alles gelaufen? Auch die können natürlich einen sogenannten Net Asset Value für ihre Beteiligung ermitteln aus den Börsenpreisen der Industrieunternehmen, aus dem Börsenpreis von EQT und aus einer kapitalmarktnahen Bewertung von Patricia Industries. Und dieser NAV, der ist seit den vergangenen zwölf Monaten von 236 auf 299 schwedische Kronen gestiegen, wird quartalsweise mitgeteilt, also jetzt Wert vom 31.03. Da waren 26 Prozent Anstieg. Wenn wir mal gucken, was haben die Märkte seitdem gemacht. Ja, das ist realistisch. Entspricht auch ungefähr dem Kursanstieg. Die Aktie von Investor ist aktuell bei 276 Kronen, hat also nur ein marginales Abgeld auf den Net Asset Value. Also diesen Holdingabschlag, den wir bei einer Exor sehen, den sehen wir hier nicht, auch weil die Anteile an den Firmen deutlich kleiner sind als dieser Ferrari oder Stellantis-Blocken. Wir haben aber auf jeden Fall, das muss man sagen, hier nicht diese Margin of Safety, zumal eben die nicht notierten Beteiligungen, naja, sagen wir mal, recht offensiv bewertet werden. Nochmal für Dummies zum Wiederholen, weil das ja sehr viele auch Fachbegriffe sind und Zahlen. Also man guckt immer oder du guckst immer auf die einzelnen Beteiligungen oder auch Profis und rechnen das im Kopf raus, was wären die denn, wenn die einzeln notiert werden, alle wert. Und dann guckt man, wie diese Aktie selbst bewertet ist und guckt, gibt es da eigentlich einen Unterschied. Das ist dann diese Margin, sozusagen. Genau. Gibt es da einen Sicherheitsabschlag dafür, dass das alles gebündelt ist sozusagen, nicht? Das ist hier halt einfacher als jetzt bei einem Industrieunternehmen, weil man kann die einzelnen Teile halt recht einfach bewerten, weil eben schon ein Börsenpreis draufsteht. Hier kann man wirklich mit einem Net Asset Value, einem Netto Vermögenswert arbeiten, während man ja bei einem einzelnen Unternehmen diesen Fair Value erstmal aus dem Ertrag irgendwie ableiten muss. Personalien sind ja immer wichtig bei jedem Fonds, auch beim normalen Publikumsfonds, sollte man immer schauen, wer das managt. Es gab Johann Forsell, ich hoffe, ich spreche den ordentlich richtig aus. Der war 30 Jahre im Unternehmen, 9 Jahre CEO, hat das Unternehmen jetzt gerade verlassen, hat sich Anfang Mai verabschiedet bei der Hauptversammlung, bleibt Investor verbunden als Berater und der neue CEO ist Christian Sederholm, der ist aber auch schon lange dabei, seit 2001, zuletzt zuständig für Patrizia Industries, du hattest genannt, was diese anderen Beteiligungen sind. Steht er für Kontinuität und dass dieses Segment vor allem auch ausgebaut wird? Ja, das sicherlich auch, was die Risikostruktur angeht, da geht es hin. Diese Holy Owned Subsidiaries, quasi Private Equity im eigenen Haus und auf eigene Rechnung zu machen, nur nicht mit dem Kalkül, da möglichst schnell wieder auszusteigen nach drei bis fünf Jahren, sondern das wirklich dabei zu halten, Unternehmen zu entwickeln, finde ich eine gute Sache. Wäre jetzt für mich nicht die Situation, wo ich jetzt nochmal unbedingt einsteigen müsste, aber ich sehe auch diesen Managementwechsel jetzt nicht für mich als Grund, mich dabei Investor zu verabschieden. Der ist seit 2001 im Unternehmen, der Sederholm und naja, also bei Forsell nach 30 Jahren, da darf man auch mal was anderes machen wollen. Das ist ja auch gut, wenn mal ein bisschen neuer Spirit ganz an die Spitze kommt. Kommen wir zum Schluss zu den Franzosen, die natürlich keine Franzosen mehr sind, sondern in London sind die Rothschilds. Ja, die unterscheiden sich von den beiden anderen durch eine sehr breite Diversifikation. Keine Einzelaktie hat mehr als zwei Prozent Anteil, dazu nur 40 Prozent in Börsengelisteten Beteiligungen, dafür 35 Prozent, also ein gutes Drittel in Privatinvestments, vor allem über Fonds und dann ein Viertel in sogenannten Uncorrelated Strategies. Christian, was verbirgt sich dahinter? Ja, das sind halt so Strategien, die zumindest von dem, was draufsteht, sich nicht mit dem Finanzmarkt und den allgemeinen Aktien- und Anleihentrends entwickeln sollen, die unabhängig laufen sollen. So Absolute Return ist immer so ein Stichwort. Man nutzt dafür auch gerne dann Kreditmärkte. Darüber hatten wir Private Credit mal gesprochen im Zusammenhang mit Apollo. Also diese Uncorrelated Strategies, die sind immer total beliebt. Das finden alle immer ganz toll, außer wenn die Märkte gerade nach oben gehen. Dann will natürlich keiner was Nicht-Korreliertes haben, weil dann wollen alle 100 Prozent Korrelation haben. Dann will man nämlich mit nach oben gehen. Und das ist halt auch so ein bisschen das Dilemma von Red Capital, dass diese Investments sowohl den Nettovermögenswert als auch die Aktie ein bisschen unten halten. Wer übrigens die Geschichte nochmal wissen will, wir hatten die in der Folge von vor einem Jahr ein bisschen ausführlicher noch erläutert, auch die Geschichte dieser Familien. Also einfach zurückblättern. Ich glaube, das war die zweite oder dritte Folge. Genau, es war die zweite Folge. Seit einem guten Jahr ist es, danke nochmal für die gute Zeit an dieser Stelle. Nächste Woche haben wir unser Jubiläum. Das heute ist 49 und dann haben wir die Jubiläumsfolge. Ja, da müssen wir feiern. So, jetzt aber ganz kurz zurück zu den Rothschilds. Was ist da drin? Da ist eine Mastercard drin, eine Intercontinental Exchange, Canadian Pacific, Thermo Fisher. Also viele Unternehmen, die man kennt oder auch nicht kennt. Also es wirkt so ein bisschen so diversifiziert, wie man es halt so macht, nicht? Ja, es ist halt wirklich breit. Es ist nicht dieser unternehmerisch fokussierte Ansatz wie bei Wallenberg oder Anjeli, sondern es ist wirklich ein Fonds, Family Office, möglichst breit, möglichst wenig Risiko, möglichst Schwankungen vermeiden, auch wenn das dann zu Lasten des Ertrags geht. Ja, und das ist halt wie bei den Uncorrelated Investments eben schon mal erwähnt in den letzten Jahren halt auch passiert. Auch der Tech-Anteil ist sehr, sehr gering. Das ist schon ein bisschen Value-lastig. Das sorgt alles dafür, dass die Wertentwicklung schon auf NAV-Basis nicht mit dem MSCI-Aqui, den man sich selbst als Benchmark gewählt hat, müssen Sie hier mal erklären. Genau, also das ist wieder besagter Netto-Vermögenswert. Also wenn man einfach nur das nimmt, was sie dort machen, dann haben wir auf Ein-Jahres-Sicht zwar 7,2 Prozent plus, aber der Index hat eben 22,3 Prozent gemacht und über drei Jahre liegt es mit 3,5 Prozent plus und Index 30 Prozent plus noch schlechter aus. Dazu kommt, dass die an der Börse gehandelten Anteile noch schlechter gelaufen sind, sprich der Abschlag auf den inneren Wert bei Red Capital, der hat sich noch mal vergrößert. Der zuletzt veröffentlichte Netto-Vermögenswert per Ende April waren 25,30 Pfund. Die Aktie wurde zu dem Zeitpunkt mit 19 britischen Pfund gehandelt. Tja, Discount von 25 Prozent. Letztes Jahr, als wir gesprochen hatten, waren es nur 20 Prozent. Das nutzen die jetzt, um Aktienrückkäufe zu tätigen, sich also selber ein bisschen zu fressen, weil sie ja günstiger die eigenen Anteile zurückkaufen können. Rund ein Prozent des Grundkapitals haben sie bislang zurückgekauft dieses Jahr. Aber da würde eigentlich mehr gehen und insgesamt ist das Portfolio halt vielleicht ein bisschen überdiversifiziert beziehungsweise in diesen Zeiten bräuchte man auch ein paar andere Sachen dann dazu, wie zum Beispiel Tech. Da fehlt es dann, während man an anderer Seite bei den Fonds vielleicht zu viel hat. Du magst ja an diesen Family Offices oder an diesen Familien, dass sie Skin in the Game sind. Diesen Begriff hast du geprägt. Das ist das, was dich eigentlich reizt an solchen Investmentbehigeln, nicht? Ja, und dass sie halt sowas für Generationen machen. Das ist halt nicht, dass sie kurzfristig sagen, oh ja, also mein Vertrag läuft jetzt noch fünf Jahre. Bis dahin muss ich das irgendwie hinfrickeln. Dann muss ich vielleicht noch drei Jahre warten, bis die Options festen. Und dann ist tschüss, sondern das hier wird für Generationen gemacht. Und deshalb mag ich halt insbesondere die unternehmerischen Storys, sowas wie eine Wallenberg und eine Exor, sehr gerne. Gibt es denn noch mehr spannende europäische Holdings jenseits dieser drei? Ja, die Frage kommt ganz oft. Aber die drei reichen doch eigentlich mit ihrem eigenständigen Profil und gleichzeitig gewisser kritischer Größe. Exor 22 Milliarden, Investor 70 Milliarden, Reit Capital 3 Milliarden. Also braucht man da jetzt unbedingt noch mehr. Aber wir können natürlich ein bisschen Name-Dropping machen. Also in Schweden gibt es beispielsweise noch andere Holding Companies nach dem Vorbild dessen, was die Wallenbergs da bei Investor AB gemacht haben. Zum Beispiel der Investment AB Latour vom Grafen Douglas. Da ist eine Securitas drin, eine Assa Ableub, eine Tomra als Kerninvestment oder eben eine Industrie werden. Da ist eine Volvo drin, eine Sandvik Handelsbanken oder eine Assetip. Wenn man also jetzt Schweden noch mehr machen will, dann kann man das natürlich machen. Ich brauche sie jetzt nicht. Das wäre mir dann zu viel. Zum Abschluss noch eine Frage, Christian. Wenn du nur auf eine Familie setzen dürftest, hypothetisch, welcher würdest du dein Geld geben? Jetzt im Moment, Agnelli. Interessant. Ich glaube, letztes Jahr waren es die Schweden, nicht? Ja, die haben sich auch ganz gut geschlagen. Also bei Red Capital bin ich auch noch drin. Wer sich für diese breite Geschichte interessiert, zwei Sachen bitte berücksichtigen. Erstens, nicht jede Bank schaltet Red Capital frei. Das liegt an der Interpretation des Investmentsteuergesetzes. Manche sagen, das darf der deutsche Privatanleger nicht kaufen, aber er darf sich mit einem 50er Hebel Tesla ganz schnell ruinieren. Aber so ein defensives Portfolio darf er nicht kaufen. Das ist eine. Das zweite ist, wenn man es kaufen darf und man tut es in Deutschland, bitte sehr, sehr vorsichtig auf die Kursstellungen gucken. Geldbriefspannen sind teilweise relativ üppig. Da mal gucken, ob man nicht beim günstigen Broker das auch irgendwie über London machen kann. Halten wir fest, Christian zieht nach Süden zu den Italienern. Kommen wir zum nächsten Thema. Dicke Bretter, kurze Beine. Ja, wir wollen mal einige Geschichten zum Thema Aktionärsrechte zusammenbinden. Auslöser war eine Geschichte in der FT. Und zwar, dass CalPERS, das ist der größte öffentliche Pensionsfonds der USA, erwägt ein Votum gegen die Wiederwahl von Exxon-Mobile-Chef Darren Woods. Hintergrund ist, dass Exxon die niederländische Aktionärsgruppe Follow This und den Investmentberater Arjuna Capital verklagt hat, um eine von ihnen eingebrachte Resolution zu blockieren, in der das Unternehmen aufgefordert wird, mehr und schneller CO2 zu reduzieren. Und das wertet jetzt CalPERS als ein Versuch, kritische Aktionäre zum Schweigen zu bringen. Und das ist insofern ganz interessant, dass sich erst mal zu einem mächtigen Pensionsfonds haben hier Einfluss. Und die haben gesagt, auch wenn wir das inhaltlich nicht unbedingt teilen, was jetzt diese kritischen Aktionäre machen, sie müssen das Recht haben, diese Kritik zu äußern. Ja, und sie beraten sich jetzt eben. Und das ist schon eine Zäsur, die da stattfindet, weil man sagt, es darf nicht passieren, dass Aktionäre unter Druck gesetzt werden oder durch Klagen, dass versucht wird, sie zum Schweigen zu bringen und diese Debatte um CO2-Emissionen beim größten Öl-Multi zu beenden. So, das war der erste Inzident. So, da gab es noch etwas anderes. Ja, ich will jetzt auch bei dieser Geschichte ja wirklich bewusst die Trennung machen. Also inhaltlich habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich bin ja selber Aktionär von ExxonMobil, teile also grundsätzlich die Strategie des Unternehmens, dass man sich auf die Kernkompetenz beschränkt. Die liegt nun mal im Ölbereich. Die kann man dann vielleicht ausweiten Richtung Carbon Capture. Wir haben darüber vielfältig hier gesprochen, auch im Vergleich zu den europäischen. Aber was halt wirklich auch aus meiner Sicht als DSW-Vertreter hier in Deutschland, Deutsche Schutzverein für Wertpapierbesitz ein No-Go ist, ist, sich nicht inhaltlich mit der Kritik der Aktionäre auseinanderzusetzen, sondern zu versuchen, mit juristischen Tricks diese Aktionäre mundtot zu machen. Das geht gar nicht. Das schadet der Aktionärskultur. Und ich finde es richtig, dass auch solche Flagship-Fonds wie CalPERS da ihrem öffentlichen Auftrag gerecht werden. Und dass institutionelle Investoren, die früher vielleicht öfter mal so im Sinne eines Old-Boys-Networks mit Management gekungelt haben, hier an dieser Stelle lauter und kritischer werden. Genau. Und dazu passt ja auch eine Meldung, die du aus dem Wall Street Journal herausgefischt hast, die einem Unternehmen, die ein Unternehmen betreffen, über das wir hier auch schon einige Male gesprochen haben, und zwar der Mischkonzern 3M. Ja, bei 3M war Hauptversammlung. Dort wurde dann nicht nur im Umfeld auch erklärt, dass die Dividende, wie wir ja schon orakelt hatten, tatsächlich gekürzt wird, sondern es gab auch Abstimmen über Vergütungspakete für die Manager. Das sogenannte Say-on-Pay, das ist nicht rechtlich bindend, was Aktionäre da abstimmen. Das ist dasselbe wie in Deutschland auch, auch wenn es um die Vergütungsprogramme geht. Aber es ist natürlich schon ein Signal, dass 54% der stimmberechtigten Aktien in der Hauptversammlung Vergütungspakete abgelehnt haben. Zum Beispiel die 16,4 Millionen Dollar, die der scheidende Chef Roman für seine Schlechtleistung im vergangenen Jahr jetzt noch bekommen sollte. Da sagen Aktionäre, Großaktionäre und institutionelle Stimmberechtsberater auch jetzt, das geht so nicht. Diese Gehaltsexzesse müssen ein Ende haben. Und auch bei anderen Hauptversammlungen haben wir schon gesehen, dass da große Investoren inzwischen ihre Meinung überdacht haben. Beispielsweise der norwegische Staatsfonds, der zieht ja auch gegen Vergütungsexzesse, wie beispielsweise letztes Jahr bei Alphabet zu Felde. Und kritisiert auch das ganz generelle System amerikanischer Unternehmensführung. Diese Boards, in denen ja sowohl die operativ tätigen Exekutivmitglieder als auch die Überwachungsfunktionen alle zusammengefasst sind. Teilweise auch in einer Person. Und da will Niklas Tangen, der Chef des norwegischen Staatsfonds, schon ein bisschen in die Richtung dieses Trennsystems gehen, was wir in Deutschland haben. Vorstand macht das operative Aufsichtsrat, schaut drauf. Was ich gut daran finde, man hat ja immer das Gefühl, das bringt eh alles nichts, das ist alles ausgekaspert. Und ich habe als einzelner Aktionär keine Rechte. Man sieht, da tut sich doch was. Es gab übrigens auch ein interessantes Ergebnis jetzt hier beim deutschen Unternehmen, bei Adidas, da hat Thomas Rabe als Aufsichtsratschef ein sehr schlechtes Ergebnis bekommen. Mit, glaube ich, 69 Prozent. Und da gab es ja auch sehr viele kritische Stimmen, dass er diese Aufgabe nicht nochmal wahrnehmen soll. Ja, und wichtig wäre halt Flankenschutz für solche Maßnahmen, auch vom Gesetzgeber. Wir reden ja viel über ISG. Und das G steht halt am Ende für Governance. Und da gehören Aktionärsrechte dazu. Man muss leider sagen, in Deutschland gibt es diesen Flankenschutz eben nicht. 2020 wurde das sogenannte Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen verabschiedet, das dann 2021 in Kraft getreten ist, das sogenannte Staruk, das sich wirklich inzwischen in der Praxis als Instrument zur Enteignung von Streubesitzaktionären entpuppt hat. Wir sehen das bei Leoni. Wir sehen das aktuell bei dem Spielezulieferer Endor. Da habt ihr in der Wirtschaftswoche ausführlich auch drüber berichtet. Das ist eine ganz böse Geschichte, die da passiert. Und auch die Ampel hat sehr wenig unternommen, um Aktionärsrechte zu stärken. Ganz im Gegenteil, es wurde die andere Seite gestärkt, die Unternehmensseite. Siehe virtuelle Hauptversammlungen mit der Möglichkeit, Fragen ins Vorfeld zu verlagern oder dann eben Lindeners Zukunftsfinanzierungsgesetz mit der Möglichkeit, Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen sogar bis auf 20 Prozent hochzusetzen und Mehrfachstimmrechte im Vorfeld eines Börsengangs einzuführen. Also die Ampel hat, was Anlegerschutz und Aktienkultur angeht, auf Governance-Seite genau gegen den Anleger gearbeitet. Die Hörer unter uns müssen jetzt ganz stark sein, die Hörerinnen auch. Und zwar gibt es eine neue Kooperation, und zwar bei Hugo Boss. Die haben nämlich bekannt gegeben, Christian, du hast entdeckt, dass sie künftig mit David Beckham zusammenarbeiten. Ja, wer immer schon wie David Beckham aussehen wollte und rumrennen wollte, der kann es ab Herbst tun. Es gibt, ja, eine gemeinsame Kollektion soll in den nächsten Jahren vorangetrieben werden und es geht schon ganz schnell. Also im Herbst und Winter dieses Jahres gibt es eine neue Kampagne. Christian, halt das Pulver trocken, wenn du dich noch einkleiden willst, kann ich nur sagen. Das Interessante finde ich, wir wollen mal ganz kurz angesichts der Nachricht auf Hugo Boss gucken, weil das ist vom Management-Teil her, ist es eine sehr interessante Geschichte, die dort geschrieben wird, wo man noch nicht weiß, wie sie ausgeht, aber sie taugt, finde ich, zu einer Case-Study, wie der derzeitige CEO Daniel Grida Boss doch wieder neu aufgestellt hat, in jeglicher Hinsicht und auch welche Strategie er dem Unternehmen verpasst hat. Ja, ich bin großer Fan von Daniel Grida, von der ganzen Story, von der Art und Weise, wie er das Unternehmen wieder zum Leben erweckt hat, habe mir tatsächlich auch mal wieder ein paar Sachen von Boss gekauft, mag auch David Beckham sehr gerne, mochte schon früher sehr gerne, die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, finde ich ihn eine globale Ikone und man sieht ja gerade, du hast eben Ali das erwähnt, was so globale Ikonen bewegen können. Die hatten die Kooperation mit Kanye West damals und da haben sie am Ende Milliarden Umsätze gemacht und sind die ein bisschen größer, aber naja, warum soll man nicht mit einer Beckham-Kollektion zusätzliche dreistellige Umsatzmillionen perspektivisch reinholen? Ja, Kurs ist von 48 auf 50 gleich gesprungen, also es gibt ja dann eine Reaktion auf perspektivische dreistellige Millionen Umsätze und dann kommt er ja seinem Ziel, 5 Milliarden Umsatz, kommt Grida Jahr 2025 vielleicht ein Stück näher. Ja, also für mich ist es nach wie vor die spannendste Story im Modebereich an der Börse, unternehmerisch voll auf Kurs, auch durch die Vertragsverlängerung von Daniel Grida, aber mit der Meinung sehe ich kurzfristig natürlich doof aus. Das muss man auch sagen. Darfst du auch mal. Ja, aber wenn man auf die Aktie schaut, sorry, muss ich sagen, bei 50 sind wir auf dem selben Niveau wie Ende 2022. Dieses Jahr, wo eigentlich alles steigt, hat die Aktie bereits ein Viertel verloren. Ich persönlich sehe es so als Fall, wo, um mal in diesem von uns hier lange nicht mehr zitierten Kostolani-Bild zu bleiben, der Hund, also die Börse, mal weit hinter dem Herrchen, sprich der fundamentalen Situation zurückgeblieben ist. Ja, Konsumklima spielt auch eine Rolle. Grida muss jetzt zeigen, dass er bei der Marge auch weiterentwickeln kann, nicht nur beim Marketing, aber bislang hat er einfach geliefert. Ich bleibe dabei. Es wäre halt wirklich schön, jetzt mal zu sehen, dass sich auch die Aktie stabilisiert, dass dort mal auch im Markt das Vertrauen in das Unternehmen zurückkehrt. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir bleiben an Hugo Boss dran, an den anderen Themen natürlich auch. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es für unsere Folge nach Pfingsten. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Brückentag in manchen Bundesländern. Wir hören uns hoffentlich wieder.